Einfach nur schrecklich. Ich lese gerade, wie Jesus gekreuzigt wurde. Aber dann steht hier was Faszinierendes. Neben dem Kreuz von Jesus steht seine Mutter. Als nun Jesus seine Mutter sah und Johannes daneben stehen, da sprach er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Jesus, der wurde von den Römern an Händen und Füßen an ein Holzkreuz genagelt und er war dabei, einen schrecklichen Tod zu sterben. Und dann tut Jesus etwas, das zutiefst unserem menschlichen Instinkt widerspricht. Jesus, der schaut nicht auf sich selbst, sondern er schaut auf seine Mutter, dass es ihr gut geht. Und ich sage dir, diese Haltung von Jesus soll auch die Haltung von uns im Umgang mit unseren Mitmenschen sein. Jeder von uns soll nicht nur darauf schauen, dass es ihm gut geht, sondern auch, dass es unseren Mitmenschen gut geht. Wie kannst du das in einem Alltag ganz praktisch umsetzen? Übrigens, diese Haltung von Jesus, die findet ihren Höhepunkt darin, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Jesus, der erniedrigte sich selbst, damit wir mit Gott versöhnt sein können.